Das ist eine unangenehme Situation. Hierin besteht Frank Michler. Genau, Frank Michler, bitte verpiss dich. Wir stehen hier für einen solidarischen Umgang in der Corona-Pandemie ein. Wir stehen für einen solidarischen Umgang allgemein ein. Menschen, die antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten, die sich unsolidarisch verhalten, was Leben kostet in dieser Pandemie, haben hier nichts zu suchen. Bitte hau ab, geh nach Hause. Ich weiß es nicht. Tschüss. Ich weiß es nicht. Tschüss. 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 Wir sind hier für Vernunft und Solidarität statt Verschwörungsideologien. Also auch noch mal von mir verkündigt. Das ist mir nicht der Wunsch. Und ohne Macht war das recht nicht.